...zubeifahren und du juck die nicht mal annähernd. Ist natürlich egal. Ich bedanke mich auch bei jedem, der mich jetzt gerade anruft. Also einen kleinen, kurzen Moment. Hatte ich euch schon erzählt, dass jedes Mal... Ähm... Irgend... Dankeschön. Ich war 5 Minuten AFK und da sind keine Leute mehr in meiner Sitzung. Hab ich schon gesagt, dass ich... Ähm... Immer, egal ob auf meinem eigenen Kanal oder auf dem Kanal jetzt... ...hat mich in jeder...